Ich bin hier im Wohnort und natürlich würde ich auch mit so Straßenbahnen fahren. Ich habe gerade alles eingefallen, aber ich wollte bis dahin. Nämlich zum Halterhof, also zum Bahnhof, bis zum Wohnort, denn da steht auch schon mein Zug, der mich gleich nach so Oberaußen bringen wird, also nur 200 Meter. Aber es hat eigentlich eine so grüßliche Straßenbahn, streckenweise Haltestandabstände der Südbauer Straßenbahn. Da kann man auch hier bei, hier kann man nicht so reinkaufen gehen, aber ich habe alles. Ich habe alles kaufen am Zielort. Die, die, die habe ja auch hier richtig viel Flügel mit der MS-13, den hohen oder dem Flügel feststellen häufig aus, aber heute macht man das nicht. Und dann ist es so sehr, sehr gute Attentive hier zum Schienen, hier zum Schienen. Es heißt Verkehr, der Bahn zwischen Durchbruch und Oberhausen und so weiter, durch Bruchessen. Den von Oberhausenausfahren her, einige RE-Linien, natürlich Regularzug-Linien, in Richtung Essen, in Richtung Hamm, Dortmund, Minden. Und natürlich Bochum, ohne noch so viel im weiteren Ziel, da sind wir auch schon Dürsburg-Rohort. Hier nach rechts abbiegen, wenn ist man schon da. Und da steht auch schon mal Zug. Und hier kann man auch sein Fahrrad abstellen. Und hier war man wieder so Vandal aktiv. Ja, schön, richtig schön, ja. Da wollte ich mal gucken, ob ich so Autoliker nicht wirkomme. Das liegt mal rein. Ich finde die Lichtschröcke. Das ist die Lichtschröcke. Das ist die Lichtschröcke. Das ist die Ein-Ur-Bahn. Das ist die ganze Unternehmen. Und mein Bus steht da immer noch. Das ist wahrscheinlich der Busgelehrer. Und dann hat sich der Busgelehrer so gedacht, okay, dann mache ich einen Teil der Pause und dann ist es einfach da, statt am Verteilerkreis. Und da ist das Rohort. Ich bin jetzt in Kaufland, wollte ich sagen. Und jetzt ist es in Richtung Oberhausen. Fahrt ist hier vom Parkhof-Düsten-Rohort. Die Airbnb-30 ist der Airbnb schon ein absoluter Geheimtipp. Außer mir sitzen, sind rund fünf Fahrgäste im Zug rennbar. Aber die Versteller hier, aber an der diese Straßenbahn, wo es bei der Spahnhof steigt, steigt mich immer weiterfahren. Ist da irgendwie auch, wenn ich mir den Kopf hochkomme. Denn nur so besteht eine Unterwischung von der U-Bahn bis jetzt weiter in der Straßenbahn. Aber ich bin jetzt wirklich so sehr, sehr, sehr begeistert, dass ich hier mit diesem Zug fahren kann. Und nicht mit diesem vollen, überfüllten Ersatzkosten fahren muss. Das ist, das ist eigentlich noch gar nicht so einig. Das ist die Menschheit gekommen. Und ich denke, ich darf in jedem Fall auch Ersatzkosten. Aber nicht immer. Es fahren auch eher Züge. Wenn Sie so eine Personalrape fahren, ist natürlich Züge. Wenn nicht mehr verletzt kommen, wie die Ersatzkosten. Aber wenn die Züge fahren, ist das wirklich eine sehr, sehr kurze Interaktive. Gehen zu den Ersatzkosten. Und auch so eine so eine Straßenbahn. Eine U-Bahn. Ich muss überlegen, ob ich jetzt auf der Rutschfahrt hier nächstes bis nach Dinkl oder bis nach Essen fahre. Oder mit der U-Bahn weiter. Oder ob ich hier in die Himmel-O-B-Mäutel auf der Rutschfahrt. Aber ich denke, ich denke, dass wir abends hier auch sehr viele kommen. Die sind ja überall auf der Rutschfahrt. Die Himmel-O-B-Mäutel. Schau mal, schau mal. Aber erstmal geht es hier hin und den dort. Nächster Halt. Oberhausen-Hauptmann. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Laussprechendurchsage. Die Aussehen. Abwand der Straßenbahn, Busse und Bahn aus vom Platz. Dieser Zug in der Stadt. Alle Fahrgäste werden gebeten, nach außen zu steigen. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns, Sie bald wieder an einem Zug mit der Rhein-Ruhrbahn begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und da steht auch so bei der Rhein-Ruhrbahn, nämlich der E1 in der Schraub. Den ich jetzt bitte zur Dortmund nehmen werde. Es läuft alles wie ein Schnürchen. Wir begrüßen Sie im RE1 nach am Hauptbahnhof. Nächster Halt. Mülheim Hauptbahnhof. Ich bin hier am Hüstenhof in Nürn gestartet. Wieder mal mit 11. Weil ich dann wohl 8 Minuten Umschneiszeit. Ja, 8 Minuten Umschneiszeit. Und dann bin ich dann dort in den so RB36 in der Oberhausen umgestiegen. Und der war auch pünktlich und richtig leer. Und dann, jetzt bin ich hier in so, auch vorher bin ich hier in so Oberhausen, in den so in diesen E1 in der Rhein-Ruhrbahn umgestiegen. Den ich jetzt hier bis nach Dortmund nehmen werde. Und von Dortmund aus geht es damit, also ich hier eh weiter in den Norden. Ich habe mir überlegt, jetzt hier bis nach Düsseldorf zu fahren. Von sogar mit dem Zug, ich sehe, bis nach Würzburg. Aber da hätte ich das Ding schon gestern buchen sollen. Aber mein Problem ist, hier in Würzburg sind ja aktuell teuer. Richtig teuer. Und auch hier sind wir für die nächsten Wochen, da habe ich schon in der ersten Mal nachgeschaut, wie viel dort eine Nacht kosten würde. Und ich war wirklich so geschockt, wo die Preisen denn da. Denn über die nächste Woche habe ich hier einen wichtigen Termin, in Anführungszeichen geschäftlichen Termin, bzw. ehrenhaftlichen Termin. Kostet dann nur Nacht in so 2 bis 3 Sterne Rote mindestens 120 Euro ohne Frühstück. Ich frage mich auch mal, wieso, warum die Preise so hoch sind. Und jetzt auch hin zu Bremen. Ich habe ein sehr günstiges Hotelzimmer gebucht, auf der Busfahrt. Und da habe ich jetzt rund so 50 Euro bis heute. Aber da sind auch 12 Euro, viel weniger als der Normalfreis, 75 Euro. Aber in Anführungszeichen werde ich so rund so 56 Euro, inklusive Frühstück bezahlen. Wenn es so ganz klappen wird, sonst 63 Euro mit Frühstück. Nächster Halt, Mülheim Hauptbahnhof. Ich habe ein Ticket gebucht, und jetzt gleich in Nummer 6. Sechs Minuten geht dann. Und wenn ich die 308. Das darf? Das darf nicht. Das darf nicht. Das darf nicht. Ich habe auch noch ein paar Reise an der Kartenwagen. Das darf nicht. Das darf nicht. Das darf nicht. Ich buche den Kakauschen mit, ohne den Bordel zu rauchen. Ich kann es hier gleich denken, aber ich kann es nicht machen. Aber schauen wir mal. Es ist wirklich so voll. Du hast mich. Und jetzt habe ich noch etwas gefunden. Allerdings hier ein Gangplatz mit kein Grenzansatz. Das hat man haltet. Was zumachen? Was zumachen? Ich habe keine Grenzansatz. Das sind sie nicht das, aber auch nicht. Ich bin derポierte an, welche anderen elas sich nicht. Aber ich bin mir das. Und ich mache mich. Ich habe keine Grenz. Ich habe immer noch, dass ich ein 파�chen? Das ist ich nicht ein Papier. Ich bin der Traher, die ich oder andere anwționale anstri'. Fast, muss ich sagen? Ich bin der Traher. Dieser ist die Hier ist die Notman's Bahn, nicht so cool, modern als auch hier. Wow, das ist ein S-Bahn, das ist ein S-Bahn. Hier von Bremen, hier von der Westbahnbetriebe, da heißt ja Bremenhofer. Ausstellung. Und hier dringend. 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 Hier dringend. Drehbar und 8. Herzlich Willkommen auf den ersten Blick ist das einfach wunderschön und wir fahren jetzt von der Direktorbahnhof in Bezug auf die Straßenbereitestelle und da ist der wunderschöne Hauptbahnhof und jetzt hier in diese Stadt, ich laufe jetzt erstmal und stehe ich nicht mit dir in diese Stadt und Bahn ein da gibt es noch ein paar so Bays und Top von KWs, aber so ist das halt überall und da kommt schon der erste Bus, die aus Bremen und am 20. Montag in Bezug vor einsteigen und zu meinem Ort muss ich auch ein bisschen so Bus fahren, also ich bin in der Nähe vom Bahnhof und auf der anderen Seite, an der so Blöberwiese, da findet auch diese Roterwiese statt und gleich wenn ich nur Lochen loskaufe, denke ich würde verschwinden und wenn wir nur Lochen loskaufen, mit dem Feuerofen, das ist wirklich gut für diese Blödenwiese so Abend, ich will kommen mit dir Alter, du kannst jetzt sehr viel viel sparen, auf dem Herbst auf der so, auf der so Außerwiese natürlich gut, schau das ja wudsch�도 vor über's